Herzlich Willkommen zurück bei HUNTED THE DEMON FORGE Nackt, das ist ja wohl ein Scherz Oh, guck mal, jetzt die Architektur hier, schön Oh ja Brauchst du hier von den Dinger noch? Ne, aber der braucht ne Balliste, haben wir eine dabei? Ich würde ihm gerne eine geben Oh, was haben wir denn hier noch? Warte mal, ich muss ja erstmal hier noch die ganze Schatztruhe in meine kleine Hosentaschen packen Hab ich den jetzt ausgetauscht? Den muss ich leider nehmen Guck mal, hier sind noch Gegner Achso, aber meiner ist ein Zauber Oh, scheiß drauf Ich bin eh mit unterwegs, hoppla Hier ist noch Gesundheit da Ja, Gesundheit habe ich, ich brauche Mana Ich werde dich abstechen Warum denn immer so aggressiv? Echt? Wir könnten Freunde sein Aber das hier finde ich ja nett gemacht hier, ne? Haben die sich Knoten? Diese Knoten sind nicht gut Ja Oh, da ist ja noch einer Ich freu mich schon auf nächstes Mal leveln übrigens Oh, ich hab da nur daneben getroffen gerade Mann, jetzt mach den Fettig, jetzt hau doch rein Mami geht's gar nicht so gut, ey Ne? Joach Da kommt noch einer Na du Stinker, Stinkerle Oh Achtung, da kommt noch ein Todesstoß Der ist weg Ist der schon weg? Bang Ne, sei nicht Der hat mir nur eine ver... Der hat mir nur eine verzogen Ne, hat er nicht Doch, hat er Also der hier, der jetzt doch da rumläuft Der ist noch unterwegs natürlich Aber den anderen, der hatte ich schon in meinem Todesstoß drin Also Noch einer Kriegst du den alleine weg? Ich... ja Ich hab keinen Mahner Ich helfe noch um dem Also Oh, noch einer Ich richte mehr Scheiben an, wenn ich mit Bären werfe Ach ne, warte mal, rede ich gar nicht Sauber Sehr schön Oh, Bratzeler, ich muss nochmal gerade runter Denn, äh... Uuhuhu Alter, diese hasse ich ja wie die Pest, ne? Die Spinnen Ne, diese... diese... Bomben... Pfeilschützen Auja Ne, die da Ja, aber ich kann die... Äh, ne, doch nicht Ich dachte, ich könnte die treffen, aber... Ist nicht Sind ja alle schon weg Sind ja alle schon weg Ah, hier ist noch Gesundheit Ein Heiltrank Gesundheit Mit... Es gibt Gesundheit mit Gesundheit Müssen wir jetzt nicht durch die große Tür? Hier unten, ne, hier ist noch das Ding hier Irgendwie konnte ich die Acht unbenutzt, das langt immer noch nicht zum nächsten Level Ne, das langt nicht Scheiße Wieso hast du eigentlich ein... Ein Kristall weniger als ich? Das macht gar keinen Sinn Ne, weil... Wahrscheinlich hab ich... Ach so... Ne, mach keinen Sinn Wir leveln ja irgendwie das gleiche und leicht schnell Ja Guck, hier ist wieder Speisepunkt Aber leider haben wir nicht genug zum verleveln Ne... Ich... Komm, wir gucken einmal rein, bitte Ne, ne, ne... Ne, 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 ne... Hör auf jetzt Lass das, lass das Fui, aus Du bist auch... Du bist auch... Du bist auch... Du gehst auch nicht, äh... In Spielzeugladen rein, ne? In Spielzeugladen? Was soll ich in Spielzeugladen? Im Spielzeugladen gibt's immer geile Sachen zu kaufen Ja, das stimmt Hier geht's weiter Und? Wahrheit, 97, schnell, ne... Wir sind ungefähr immer gleich Eigentlich ist es dann egal Was man dann... Sind ja auch befreundet Und so Was? Die Bögen? Hä? Das ist völligen Blödsinn Oh nein! Ja, aber es macht Spaß Ich dachte schon grad Ist ganz schön, äh, Hack and Slay Die letzte... In der letzten Zeit Uhu Oh! Das warst du aber Ja, das war ich Weil ich keinen Bock mehr hatte Ah, hier Kristall! Ach! Einer fehlt noch Zwei fehlen noch Ja, hier sind noch Gegner Aua Oh! Ich bin schwer Akku am drücken Tod Da kommt noch einer Oh, Alter Ey, diese... Diese verdammten... Ich krieg die... Ich krieg das auch immer nicht mit Dass die mich angeschossen haben Wow! Juhu! Nix da So, jetzt bin ich... Jetzt bin ich sauer Ja? Ich hab den Minotaurin weggemacht Das ist schön Die haben... Die haben aber auch da so fancy Sachen Da kommen so Kringel auf einen zugeflogen Ist dir das mal aufgefallen? Äh, ja Ja Das sind die... Also wer jetzt die Bogenschützen Das sind doch diese... Ja Ich glaube Neun ungenutzt Hier fehlt noch einer Da kann ich mir was Neues kaufen Hier unten ist noch... Ja Oh ja Das werden wir bald herausfinden Was denn? Achso, ja ist gut Hier ist auch noch Hell Dafür sei dem heiler Dank Kann ich alles gebrauchen Und hier ist noch... Äh, ne... Story, ne? Ein Story-Typ, ja Ich triggere die Story mal Äh, ne... Ah... Muss Lir warnen Ich wurde geschickt Um die Verschwundenen Bei Kalamur zu suchen Ich habe mich als Bauernmädchen verkleidet Und wurde als Sklavin gefangen genommen Ich habe erfahren Dass der Söldner Anuvim hinter allem steckt Er hat die Minotaurinnen und die Varga vereint Obwohl sie einander so hassen Er hat sie nach einer geheimnisvollen Silbrigen Flüssigkeit süchtig gemacht Und er will mit ihnen Lea angreifen Tja Wissen wir ja eigentlich schon Ja, Lea wurde ja schon längst angegriffen Also... Liegt ja in Bruch In Schutt und Asche liegt das So, was... Was haben wir denn? Kannst du die auch nehmen? 600er Das lohnt sich bei mir noch nicht ganz Boah, ich habe keinen Mana Ich habe ständig Mana-Probleme Weil ich... Wahrscheinlich die Zaubersprüche Die sind jetzt... So... Intensiv Mana-Intensiv Hier, da ist eine K... Boah, ey Au Scheiße Boah, ey Wollte gar nicht Ich eile Das gibt's doch gar nicht, ey Zaaang Mann Wo seid ihr verdammten Anfänger Gar nicht mal so Anfänger Aber ich... Zu weit weg, um effektiv zu schießen Boah, aber echt mal keine Anfänger mehr Aber ich nenn die ja so Um, äh... Die zu provozieren Du sagst ja auch zum Beispiel Zu jemandem, den du scheiße findest Ey du Opfer Nein, das sagt man nicht Ich find das so... Ich find Opfer als Wort Ist eigentlich so ein... Eigentlich das Unwort Des Jahres Find ich Ja, das geht überhaupt nicht Aber letztes Jahr schon, ne? Ja, aber das sind immer so diese... Diese halbstarken Idioten Die das, äh... Benutzen als Wort Ja, ja Ich kann das gar nicht ab Wenn irgendjemand Opfer sagt Dann, äh... Hab ich schon Lust Den mal spüren zu lassen Was ein echtes Opfer ist Und was das bedeutet, ne? Ne, aber echt... Ja, ist er Ja, auf jeden Fall Boah! Boah! Scheiße! Da ist wieder so'n, äh... So'n Ding Boah! Boah! Da kann ich leider gar nicht Den musst du weg machen Mit deiner... Ist schon, ist schon, ist schon Ah, sehr gut Und nochmal ein Todesschuss Achtung! Warte mal, welchen wollte ich denn hier? Jaaa... Klung! Irgendwas erinnert mich ja diese... Ähm... Helme, die die... Hier aufhaben Die komischen... Ich weiss nicht an welche Welches Computerspiel, aber... Ja, wer hätte das gedacht? Hm... Das macht Spaß Ah... Warte mal, das sind ziemlich viele Da weiß ich nicht, ob ich das so bekomme Mach doch den Großen Die Kleinen kann ich nur hier viel besser machen Oder knapp verfehlt Ist so schwer zu sagen Der Rumpel braucht mich nicht hier Hier... Boah... Wenn ich die einmal treffe, dann sind sie auch direkt weg Vorsicht mit dem Typen jetzt hier Aaaaah... Die ist so schwer zu... Zielen hier Sieht aber gut aus Von... Von meiner Warte aus Sieht das gut aus Boah, was? Und irgendwie sind diese... Diese... Ähm... Silbernen, die scheinen da so ein bisschen... Immun zu gegen... Gegen zu sein Ja, so Das sind die, äh... Am verseuchtesten Ja, ja, ich glaub auch So, noch jemand? Boah, schön, ey War das alles? Wer... 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 Wer will nochmal, wer hat noch nicht Geht noch weiter hier Ich fang schon mal an Sachen einzusammeln Hier ist Mana Yes Treff immer weiter hinten Ich glaub das war's, oder? Hier ist... Hier ist noch haufenweise Mana Musik ist noch Ja, Mana will ich haben Dafür lass ich auch mal die Ballista stehen Da kommen aber noch welche Oh, da hinten ist noch Gesundheit Das möge ich mir holen Ich habe schon alles eingesammelt Dir geht es gut? Warte mal, die kommen jetzt wieder von vorne Es geht mir gut Es geht mir sehr, sehr gut Das ist ein guter Track gewesen Ja, total Wo ist denn der? Der ist hinter der Tür, glaube ich Hier Wo geht's denn hier weiter? Ah 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 Lecker Oh, da ist hier wieder so ein Zauberdings Ja, ich hab's gesehen Willst du haben? Kannst du haben Mal gucken, was der kann Das ist irgendwie schade, ne? Die bringen manchmal Ähm, diese legendären Waffen Ähm, werden auch so gedroppt teilweise Sodass das gar nicht mehr so besonders ist Wenn man so ein Ding aufmacht teilweise Ja, das stimmt Ich hab meine, ich glaub die geilsten Waffen Hab ich tatsächlich an so einen normalen Stand gekriegt Ja, ich auch Und die aktuelle, den aktuellen legendären Bogen den ich hab, der macht auch doppelt so viel Schaden Wie der denn ich gerade eben hätte aufsammeln können Ach, guck an Also, das dürfte Spaß machen Es ist fast zu einfach Ja, ja, ja Der Skeptiker spricht Ja, der Skeptiker spricht Und hat wahrscheinlich auch nicht Oh Ach was Ich leg schon mal hier die Sachen frei Pfeile Mana Ja, ja, ja Ey, aber der trifft manchmal nicht, hab ich das Gefühl Der Bogen Obwohl das rot ist bei mir Äh, trifft der den nicht Oh Schützen Hier war sie ja los eigentlich Ja was denn, ich mach doch alle weg Ey, aber Tatsächlich Ich weiß gar nicht, wovon die meinem Typen überhaupt nen Bogen gegeben haben Wieso denn? Du kannst ja auch schießen Ich hab, ich hab noch nie gesehen, dass da einer gelegen hätte danach So mit einem Schuss meinste? Ja So, aber ist doch gut gewesen Oh, da höre ich noch einen Wo ist der denn? Ach der, das ist der, der da liegt noch Da sind doch ein paar da hinten verschwunden Ja, das war vielleicht so eine Art Tower Defense gerade Ah, da sind immer noch welche Schön den Rücken reinschießen Ich weiß nicht, ob die jetzt auf dein Konto gehen oder auf meins Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendwas wie ein Konto gibt Yes Aha, da ist doch dein Pfeil auch noch rein Iiiiihihi Zehn von zehn hingerichtet Oh, Hinrichtungen erhöht Oh, ich bin schon runter, ich wollte nicht, aber bin schon Ist egal, wir müssen ja auch hier lang So Hier passiert was Ey, diese, in diese Festung müssen wir ja rein wahrscheinlich da, ne? Das ist ja das eigentliche Ziel von uns Ja Das ist echt ganz, äh, ganz cool Ich finde das immer gut, wenn man so sein Ziel vor Augen hat Und dann irgendwann endlich dahin kommt auch Ja, das stimmt Gameplay-Element So was wie eine Kathedrale? Ich hielt Anuvin nicht für den spirituellen Typ Genau mit dem Part, was hätte ich für den spirituellen Typ Echt lustig, Mädchen Hier liegt noch ein, äh, Toter Uhhh, was war das jetzt? Ahhhh, nicht die schon wieder So, die, so, warte mal Warte mal, die Bögen sind weg, also die Dinger sind weg Katze sind schon längst weg Kommen wir doch auf hier Aua, 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 aua Ach so Ey, ich hab doch hier alles flächendeckend Einge... Na warte, die hat ihren Stab wieder Du kannst den jetzt nicht treffen Werde ich mal kurz wütend Der geht's aber nicht mehr so gut Nee War schon ganz gut abgezogen Oh man, die ist mal so weit weg Vor allem springt die immer hin und her Die soll endlich mal ihr Zeug da... Ja, genau So, der Stab ist weg Warte mal, ich mach den jetzt mal mit einem Explosionsfall hier Wo ist die denn? Da ist noch ein Stab Wo ist er? Wo ist er? Juhu, hier ist ich Ganz weg, die ist fast fast weg Ja, 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 ja So, fertig Gebongt Ab dafür So, jetzt war ich auch einen neuen Heiltrank Da kommen schon wieder neue Gegner Boah, ich treff mit dem nicht, ich treff den langsamen viel besser Dann, dann nimm den Naja, aber ich hab jetzt momentan keinen langsamen... Oh geil, ich geh grad hier richtig schön ab Ich sammel nochmal ganz kurz die Tränke auf und dann geht's weiter, ja? Ja, da hinten war noch ein, äh... Toter Labander Ach was, echt auch noch? Oh, jetzt hab ich Sachen getauscht, die ich vielleicht gar nicht wollte Ohhhh Echt, mit dem langsamen bin ich echt besser eigentlich glaube ich So Achtung Die Myotauron mach ich Ja, gerne Ohhhh Jetzt kippt doch nicht So Danke für den Mana-Tank Da hinten ist noch, äh, die Story von nem Toten Ja, äh, spul sie ab Ich bin hier noch mit Gegnern, Gegner beschäftigt Hast du die schon geholt, die Story? Nee Oh, die bewegen sich einfach zu schnell hier Mach sie fertig So Gute Arbeit, Mädchen Das soll sie in einer Lehre sein Seit Jahren sah ich diese großartigen Wesen über den Himmel ziehen Und hatte gehofft, einmal einen Drachen aus der Nähe zu sehen Nun, Vorsicht mit den Wünschen Das war etwas... zu nah Ja, aber dann müsste man einen Drachen ja auch noch kriegen, oder? Ja, kriegen wir auch als Gegner, da bin ich mir ziemlich sicher Warte mal, der eigentlich Genau das Richtige Mein alter Schild war schon etwas angekratzt Bullshit, stimmt doch gar nicht Nee, doch, alles klar Und eben war hier so ein Schild, der auch noch zusätzlich Rüstung gegeben hat, irgendwie, ne? Ja, genau, 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 genau Da muss ich auch drauf achten, dass ich mal einen mitnehme Ich glaube, den habe ich nämlich nicht So Hier haben sie die Leute enthauptet Zack, Kopf ab Früher war er was Ich war übrigens hier in Berlin im Gruselkabinett Uh, ja Ist das denn gut, oder ist das eher so, ja, gruselig für... Äh, na, tatsächlich war das eher so erschreckend Äh, Vorsicht Still Beschrei es nicht Du bist so süß, aber gläubisch Als ob man das nicht schon gesehen hätte Ja, der Gruselkabinett Das, das war auch die, die Art von, äh, erschrecken, die da praktiziert wurde Ich hab dich gewarnt Echt, äh, ein bisschen runtergestürzt Drei Meter in die Tiefe Ne, das nicht, aber es kam einer aus dem Dunkeln und hat Buh gemacht Echt? Ja Sei wann? Ah, warte mal, für die nehme ich, äh, den ja Kuh Ahhhh Mit dem Schnellbogen ist das das erste Mal, dass es da richtig, äh, ein bisschen angenehmer ist Da kommen noch welche Ja, ich bin auch am zaubern Oh, cool Porkos Porkos Kommen noch welche? Ich hör noch welche Oh Oh Ah, oh Hier ist noch ein Zäpfchen Wenn du brauchst Äh, warte mal, wir haben noch mal ein größeres Problem Oh, wir haben echt ein größeres Problem Zäpfchen nehme ich mal mit Ne, brauch ich gar nicht Oh, gut, dass der es gesagt hat Weil ich gar keinen Schaden bekommen Oh scheiße, ich stand ein bisschen dicht dran Nein Na komm schon Mach der, der hat nicht mehr so viel Ne, ich schieß den auch die ganze Zeit runter Ja, ich bearbeite den auch von Auf den Arsch, ey Weg, 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 weg Ist tot Terminator, Terminator Ja, äh, äh Geil Müsst ihr ja nur noch, nur noch den Daumen nach oben geben Dann wäre es, äh, perfekt Ja Ja Den kann ich brauchen Hier ist noch eine Heiltränke, wenn du was brauchst Also wenn da noch übrig ist, dann nehm ich jetzt mal schnell einen Ja, hier, zwei Ne, gib einen davon Das reicht Ne, ja, anderen bau ich gar nicht mehr Ja, jetzt voll Ich bin alles voll Ja, äh, Rumpel, willst du zum Abschluss noch einen kleinen Witz erzählen oder Wollen wir einfach Jetzt muss ich aus dem Stehgreifen einen Witz erzählen oder was? Nein, musst du nicht Äh, ich muss mal, ich wusste, früher wusste ich so viele Witze Ja, ja, das ist der Hammer Gibt Leute, die können, die hören gar nicht auf Weil wir hätten jetzt Folgen, das wollte ich eigentlich nur damit sagen Ah, Blondinenwitze kannte man früher noch, ne? Ja Aber die sind auch alle schon so alt, die kennt jeder Ja, und Blondinen haben ja an ihrem Ruf gearbeitet seit GNT Stimmt Na gut, dann ist hier Folgenende oder was? Aber wo geht's denn weiter? Ja, hier durch die Tür natürlich Ach, die habe ich überhaupt nicht gesehen, ich dachte, da wären wir reingekommen Gehen wir da noch durch und dann Wir sind doch von oben runter gefallen Drei Meter in die Tiefe Ja, sag ich doch Sag ich doch Ja, haben wir denn noch Zeit? Was ist denn? Komm, wir lassen uns noch ein bisschen weiter gehen Ja, aber nur ein kleines Stückchen, wir haben schon 20 Minuten Oh ja, ja, ich werde auch gleich abgeholt, ich muss gleich weiter tatsächlich Oh Ihr, ihr seid Menschen? Ich guck gerade nur auf die Brüste Was ist denn geschehen? Wo sind sie? Ich weiß nicht Wir waren Tausende, sie haben uns überall im Land gefangen Aber vor ein paar Stunden haben sie die meisten von uns weggebracht Weiter hinein in die Zitadelle Zu welchem Zweck? Niemand weiß es Niemand von denen, die je da hineingebracht wurden, ist zurückgekehrt Natürlich, keiner kehrt von irgendwo in diesem gottverdammten Ort zurück Deswegen sind wir hier, Lara, um das zu ändern Geh, verschwinde, solange du noch kannst Nimm alle mit, die du unterwegs findest Aber Wo geht ihr hin? Weiter hinein Wir sind auch besser ausgerüstet als du, mein Freund Auf jeden Fall So So, neues Ziel Ja, neues Ziel Und hier machen wir tatsächlich mal eine Pause Ich nehme jetzt noch das Gold mit und dann ist hier gut Schluss im Schacht 19.000 Bald haben wir die 20.000, kriegen wir bestimmt irgendwas Neues für Ja, wir können auch jetzt das nächste Mal wieder leveln Sehr gut Dann Einen wunderschönen Tag Seid gut zueinander Und wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dahin Tschö Tschö